Sieht nach einer echt langweiligen Party aus, muss ich ja sagen. Ah, da kommt nicht mit. Ja, ok, dann treffen wir ihn hinterher. Er hat keinen Bock und da er nicht muss, kommt er nicht mit. Hm, Ceremonies, Medals honoring Virtues, just keeps coming up. Ich habe keine Reprieve, oder. Und ich denke, dass die letzte große Virtue, Compassion. Es ist die einzige Stück der Puzzle, die niemals verpasst. Ach. Ah, wir können also quasi jetzt noch nachgucken. Wir können jetzt quasi noch nachgucken, wer der Fünfte gewesen wäre, ähm, den sie hätte umbringen lassen. Wenn wir sie jetzt nicht quasi gerettet hätten. Hm? Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? Als du in der Glorien versuchte und versucht, neue Formalware, ich war ein bisschen Ausgabe von meiner eigenen. Du bist sehr stolz, um zu sehen, wie ich mich war. Ich begann mit einer hohen Angelegenheit für unsere Freundin der Entferne. Ich habe gesehen, dass in der Street Folk, während ihrer Gesellschaft insgesamt, Reciprozität macht precedenswert über alle anderen Codes, und deshalb kein gutes Verhältnis ist nicht gescheitert. Wir hätten mehr aus diesem Schuhputzungen da rauskriegen können. Der hat nämlich die Briefe verteilt und daher wissen wir noch nicht, wer der fünfte ist, aber wir wissen jetzt, dass der anscheinend noch einen Brief hat. Der letzte war Detlef selbst. Naja, sie hat ja Detlef die Sachen gegeben, damit er die Person umbringt. Ich glaube nicht, dass er sich selbst umgebracht hätte. Hmm. 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 All in all, why not check up on that? Kann natürlich auch sein, dass er sich selbst umgebracht hätte, um sie quasi zu beschützen. Wir sind quasi jetzt noch nicht angekommen, der Brief, weil wir halt zu schnell waren. Wir werden sie sehen. Oh Gott, diese Schuhe passen so gar nicht zugehalten, aber so wie alles andere auch gerade nicht. Was? Ich frage erst mal so. Wie ist das Geschäft? Gut, genug. Ich kann nicht klären. Es wäre sogar besser, dass bestimmte Leute unten für einen Schuh sitzen, als sie standen und chatten. Das Witzige ist ja, dass ich jetzt ja wirklich Kicks füttern könnte, dass ich sage, okay, wenn du recht hast, dann bekommst du, weiß ich nicht, jetzt auch nicht ewig viel. Ähm, 20? Ich weiß aber auch nicht den Befehl, ich würde es dir später geben. Aber, wenn du mir sagst, dass diese Informationen mir kostet, vergiss es. Wie bekommst du die Becker? Becker hat sie gebracht. Becker hat sie gebracht. Ja, ist ja nicht gecheatet. Kann man ja auch so verteilen. Ich bin ja noch mal überlegen, ob wenn ich so wieder Computerspielmusik spiele, wenn man das erkennt, dann darf ich auch noch mal welche verteilen. Warum hast du uns das vorhin gesagt, als wir zuerst gesprochen haben? Du hast nicht über Becker gefragt, oder? Hmm. Becker. Sag uns mehr über sie. Wie viele waren da? Wie, vier? Eine für jede lette. Nur vier? Sicher, du hast nicht eine Verteilung? Ich kann nicht counten, du weißt. Erinnerst du was anderes? Diese Becker haben überhaupt nichts in common? Was? Komm jetzt, es war anders. Einige hatten nicht verbreiteten. Einige hatten nicht verbreiteten. Oh, ich weiß das. Sie hatten alle keine Haus. Ja, ich glaube fünf pro Song, und zwei wenn man so halb richtig liegt. glaub mir das? Remember was die Looked like? Natürlich. Ich habe auch eine Schiene, als ich gesagt habe. Sie waren raggede, ungelegen, nicht-häute. Sie waren nicht-häute. Sie waren gestos. Sie waren fast verbreiteten. Als auf ihre Becker ... Ich habe bereits erwähnten. Geralt, bitte, ich frage mich eine Frage. Ich weiß nicht, ich glaub dem irgendwie nicht. Weil der ist halt, das Kind ist halt sehr, sehr clever. Und, aber es geht immer halt hauptsächlich ums Geschäft. Und ich glaube da, Preisliste. Polished without shine, not recommended. So, jetzt hab ich gar nicht anders geguckt. Naja, passt schon. Ich hab erst am Schluss gesehen, als ich's weggekriegt hab, dass wir noch hätte runterscrollen können. Gott, ich bin auch so vergiftet. Es gab doch irgendwas, was das Gift wieder weg macht, oder? White Honey. Genau, macht quasi, dass alle Effekte weg sind. Sowohl die positiven, als auch die negativen. Genau, bringt kaum Kohle. Minecraft war's Milch. Äh, die Milch. Okay, er scheint so ne Unterkunft zu sein für, ähm... Das ist halt, was ich? Ja, was du willst? Ich habe hier, was du willst? Hier ist ein Wissens. Wir haben es versucht, nur um unsere Lippen zu haben. Wir versuchen, andere Beziehungen zu verwenden. Wir nutzen jetzt andere Art von Persuasion. Gentlemen. Komm, bitte. Either get out, mit diesen Flea-ridden Vagabonds, oder wir werden alle rauskriegen. Unsere Patience ist weg. Das Ort ist nicht mehr ein Rack Refuge-Dump. Schramm! Decent folk live hier. Der Schilder. Die Menschen hier leben. Die Frage ist, warum? Schau mal, Ballard. Ein anderer Defender der Pooren. Der Kampf für Justiz. Verdammt, Nusant. Wir sind Frauen und junge Menschen, die neben der Tür leben. Wenn sogar die Growne Menschen Angst zu gehen, zu gehen. Decent folk, Sie sagen. Sie sagen, Sie selbst. Warum? Sie wundernst du es? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Na gut, aber das ist auch besonders einfach. Da gehe ich und dann kriege ich auf die Fresse. krass. Triggered! Ja. Okay, mit mich. Es ist Zeit, um zu gehen. Ich danke dir so viel für deine Hilfe. Ich versuche mit ihnen zu reden, aber sie haben mich blühten, wenn du nicht gekommen bist. Ich bin dankbar. Sie haben geblüht. Was sie wollen von dir? Sie sind neighbors. Ich wünsche mir, dass ich meine Leute, die Becker zu holen. Sie lieben, dass ich die Becker zu helfen. Ich denke nicht, dass ich zu gehen, wenn wir irgendwo zu gehen. Aber du bist mit einem Problem, nicht wahr? Ich bin ein Freund von dir. Was ist dieses Ort? Ein Haus? Du könntest es so sagen. Sie kommen hier, um zu essen und zu essen. Sie helfen ihnen. Warum? Weil sie brauchen Hilfe. Ich brauche ein paar Informationen. Ich habe einen Mann, der in Rue de Gaal erwähnt. Der Rue de Gaal? Ein Feistiker. Ich weiß ihn. Welche von deinen Waren sollten sie ihn schon mal oder bald treffen? Entschuldigung. Die, die ich helfe, und ich sind nicht so nah, wie ich es weiß. Aber wenn du wirst, sie werden alle für ihre Becker zu kommen. Sie können sie sich fragen. Sie können sie selbst fragen. Na gut, dann befragen wir die mal. Ich kann mir eher vorstellen, dass die letzte Person ihre Schwester ist. Die sie hätte umbringen lassen. Sie sind nicht so nah, wie ich es nicht so nahm. Sie sind so nahm. Sie sind so nahm. Entschuldigung. Entschuldigung. Sie haben eine Liste, und sie hat es gegeben. Sie hat es gegeben. Ja? Aber er kann dir nicht sagen, wie er nicht hier ist. Ah. Er hat den Brief noch, er hat ihn noch nicht abgegeben. Ah. Er hat den Brief noch, er hat ihn noch nicht abgegeben. Er hat ihn noch nicht gesehen. 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 Er hat ihn noch nicht getan. Er hat ihn nicht getan. Er hat ihn noch nie gehört. Er hat ihn anders gesagt. Er hat alle uns geholfen. Wenn das eine andere Person dich gefährden, dann muss man nicht halten. Sie haben nicht die Predigt. Ich kann es. Ich wollte nicht in der Bracht mit mir sehen. Es ist immer da. Tja, und nur? Wer war's? Ach nun, Zeug das doch mal. Ja, die Duquesa ist halt eben die Duchess. Puzzle complete now? Alas, the matter ceased to be a tantalizing brainteaser and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Duchess was to be Detlof's last victim. Sienna planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. Four seemingly random victims to start. The Virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victim's links to Sienna, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of her lack of compassion. Why would Sienna murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn pension for evil? Yes, yes and yes. All seem likely. And none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you can always ask her yourself. Hmm. Hmm. Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Sometimes one should stare evil in the face. Seems a bit strong, no? She used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her. But I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Sienna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. much harsher. I think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. I think it's better if she doesn't come, right? Oh, no, 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 no. I don't know where that is. I don't know where that is. I'll not risk entering the palace after Detlaf and his minions' rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up. It means you're going off to get drunk, because you hate Sianna. I've never been fond of categorical statements of that kind. But I admit, I could not vouch for my behavior in her presence. She treated death laugh cruelly. Causes death in the end. And now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. Na gut, wenn ich Hitman spiele, dann wäre Hitman-Style, um die zwölfmal erschossen zu werden, weil man in der Eingangshalle schon blöd auffällt. If only I have a coin for a medic. Do you like it here? So, mein bödes Pferd. Los, los, los. Naja, naja, er hasst halt Sianna und da hat er keinen Bock damit zu kommen. Sie hat ja mehr oder weniger dafür gesorgt, dass sein Kumpel da jetzt tot ist. Ja, das ist halt irgendwie immer das besondere an Witcher, finde ich, dass man irgendwie alle Charaktere verstehen kann, obwohl sie ganz unterschiedliche Sachen machen und unterschiedliche Sachen gut finden. Also ich kann auch hier Sianna irgendwie verstehen. Und ebenfalls die Duchess. Ja, bin ich mal gespannt, wie clever ich mich da jetzt anstelle, mich da rein zu schleichen. Aber es kann sein, dass es auch ganz einfach ist und ich einfach nur so durchgehen kann. Ich mein 4 Uhr morgens. da schlafen noch alle Wachen hoffentlich. Ja, ja. Genau. 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 Ich kann nachher nochmal was mitnehmen. Roig Maloriak Äh, ich hab keine Ahnung mehr Tja, wenn ich damals schon YouTube-Videos gemacht habe Damals, so wie ich es noch nicht Dann könntest du es dir angucken Ne, weiß ich leider nicht mehr Aber ich weiß, dass die Roig-Sachen da noch Alle einen ganzen Tick härter waren Als die jetzigen Ich weiß, das bringt ja nicht besonders viel jetzt Ja, die Frage ist Jetzt muss ich wahrscheinlich mit der Wache quatschen oder Weiß nicht Ich nehme erstmal alles mit, was ihr zu essen ist Nein, die stehen da auf dem Schrank Ich komme nicht ran Ah, okay so Tja, ist es klug mit den Wachen zu sprechen Naja, wenn ich jetzt noch besser in Magie wäre Dann könnte ich ihn vielleicht auch so magisch beeinflussen Aber bin ich nicht mehr Habe ich ja verskillt Oder weggeskillt Ah, soll ich ihnen das erzählen, dass sie geplant hat, die Duchess umzubringen? Ne, oder? Ich beile das erstmal noch für mich Okay Okay. Na, was ich auch bei denen gemacht habe, die sehr schnell sehr stark waren. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es da war. Achso, wo er die immer umdreht. Ich glaube, da habe ich hauptsächlich Minions genommen, die halt sehr schlechtes Netzverteilung haben. Im Sinne von... Du nimmst halt den 7-4er rein, damit du dann hinterher den 4-7er hast. Oder irgendwie so. Und was sinnvoll ist, ist bei diesen Umdrehen werden quasi temporäre Buffs immer zu dauerhaften Buffs. Das heißt, wenn du was hast wie ein Direwolf Alpha, dann bekommt der einen Angriff. Und wenn er umgedreht wird, dann kriegst du quasi ein HP dauerhaft mehr und wieder einen Angriff. Und wenn wieder umgedreht wird, kriegst du wieder einen mehr und so weiter. Und das gleiche kannst du machen mit einem Raid Leader, mit einem Stormwind Champion, mit was auch immer. diese temporären Buffs sind extrem wichtig. So wird der nur einmal... Ich weiß es nicht mehr. Ach! Ach, das ist jetzt aber ja... Im Grunde hatte ich denn Glück gehabt, dass ich dieses Ribbon geholt habe, was sie da gerettet hat. Weil das hätte ich... Das war optional. Ein Glück habe ich das gekauft. Warum willst du sie töten? Für so eine gewisse Investitioner zu fragen, ob das Obvious ist. Komm jetzt, Geralt. Warum denkst du sie? Weil sie sie zurückgezogen hat auf dich, dann verabschiedet all memory von dir? Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Ich werde sicherlich gehen. Ja... Ja... Wenn in irgendeinem Moment wieder man sie spielt... Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube halt, welche mit blöden Statsverteilungen habe ich dann genommen. Quasi, man will ja eigentlich einen 3-4er haben, nimmt man den 4-3er. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, dass ich ehrlich bin. Ich bin ehrlich, endlich. Liede nur macht es Sinn, wenn jemand jemand dir glaubt. Es ist eigentlich rufreschend. In einem Sinne, zu sagen, was ich wirklich denke. Also warum ich das nicht mehr mache? Ich war nur lieblich, dass du mit mir getrunken hast. Ich dachte, dass du ein Tag kommen kannst. Dein Kumpel Rechus ist dir. Und Anna Henrietta percebe dich solely als sie nicht denken, blöden Instrument. Sie ist richtig, du weißt. Ach, das ist doch Quatsch Das ist einfach Unsinn Also Regis benutzt mich nicht nur Dafür ist es schon viel zu lange Und ja, dass Ananjata mich quasi nur als Instrument hat Weiß ich nicht Zumal sie ja oft gesagt hat, dass sie ja auch Das blöd findet, wie das mit ihrer Schwester Gelaufen ist, also die Ananjata hat Ihre Schwester ja quasi gesucht und wollte sie retten Und so weiter, die war ja gar nicht dafür Dass sie so behandelt wurde, das war ja mehr Das waren ja mehr der Der Vater und die Ritter und so weiter Und die Ritter haben ja im Grunde Auch nur gesagt, ja okay, ich hab hier Befehl bekommen Im Grunde war es ja hauptsächlich der Vater Also die Schwester fand's ja auch immer scheiße Was eine hellste Was eine hellste Hässliche Personen.